Das Römische Reich wird oft hervorgehoben für seine stabile republikanische Ordnung, für die verschiedenen Aristokraten, Dichter und Denker, die es hervorbegebracht hatte. Doch blickt man einmal genauer hinter die dunklen Kulissen Roms, ist es auch eine Welt des Drogenkonsums, perfider Mordanschläge, absurder Kulte und mysteriöser Staatsaufhären. Und damit hallo zur zweiten Folge von History Making Of. Und wie ihr es schon der Einleitung entnehmen konntet, blicken wir heute mal hinter die dunklen und geheimen Kulissen des alten Roms und des gesamten Römischen Reiches. Wie bei jeder Folge kommen jetzt zu Beginn aber erstmal zwei Fragen an euch, mit denen ihr ganz einfach eure Vorkenntnisse mittesten könnt. Unter der Folge werden die Fragen dann aufgelöst und da erhaltet ihr dann auch gleich die Antwort. Also die erste Frage ist, welcher römische Kaiser ließ seinen gerade einmal 13 Jahre alten Stiefbruder vergiften? War es A. Julius Caesar, B. Nero oder C. Claudius? Bei der zweiten Frage wird schon etwas spezieller, und zwar welche Art der schwarzen Magie fand im alten Rom Einsatz bei Sport, Gericht und bei Mordwünschen? Waren es A. mit Inschriften versehene Fluchtafeln, die oft als Form des Schadenszaubers dienten? Oder B. Sprücher, die an Vollmond in kleinen Gruppen aufgesagt wurden, um daher dunkle Gestalten heraufzubeschwören? Oder doch C. speziell aufgestellte brennende Kerzen? Und wie gesagt, die Antworten zu den beiden Fragen gibt es jetzt dann gleich im Anschluss während der Geschichten. Das römische Kaiser oftmals aus der Reihe tanzen ist wohl allgemein bekannt. So haben es auch einige private, skurrile Geschichten der Kaiser bis heute überlebt. Zum Beispiel der erste Kaiser, Roms Augustus, ließ prompt die verheiratete Frau des Senators Tiberius, und diese Namensverwandtschaft ist kein Zufall, denn er war der Vater der später einmal selbst Kaiser werdenden Tiberius, und Augustus ließ eben seine Frauen führen, nachdem er sie nur einmal gesehen hatte, und zwang Tiberius, sich von ihr zu trennen, um sie zu heiraten. Bei Geschichten wie dieser, die natürlich kein Einzelfall war, ist es natürlich auch kein Wunder, dass Zahlreiche daran gefallen fanden, Kaiser aus dem Weg räumen zu lassen, oder sie gar selbst zu ermorden. Und am häufigsten waren es sogar Menschen aus den eigenen Reihen, das bedeutet römische Bürger. Die Methode, die damals am häufigsten gewählt wurde, war der Anschlag des Giftmordes. Denkt man an Gifte in der Antike, kommt einem wahrscheinlich wohl erst einer der gefürchtetsten Gegner Roms in den Sinn, und zwar Mitridates. Obwohl er gewiss kein Pfeiligen war, das zeigen seine zahlreichen Kriege gegen Rom, aber auch sein sehr brutaler Genozid an über 80.000 Römern, hatte wohl kaum einer in der Antike so viel Angst, ein Gifttod zu sterben wie Mitridates. Denn mit nur elf Jahren wurde er König des kleinen asiatischen Königreich Pontus, und das nachdem sein Vater auf seiner eigenen Hochzeit vergiftet worden war. Vor Angst, selbst vergiftet zu werden, und zwar von seiner eigenen Mutter, denn man nahm damals an, dass seine eigene Mutter seinen Vater vergiftet hatte, lebte er nun sieben Jahre ein einsames Hirtenleben in den Bergen. Und dabei, und auch über sein restliches Leben, führte er sich täglich kleine Dosen an Gift zu, um immun gegen Anschlenke zu werden. Antike Ärzte stufen ihn sogar als die größte Autorität für die Erforschung von Gegengiften an. Um welche giftigen Substanzen es sich genau gehandelt hatte, welche Mitridates und auch andere Giftmischer verwendeten, um Anschläge zu verüben, wissen wir nicht genau. Jedoch wissen wir, dass die antike Welt sehr, sehr gut Bescheid wusste über die verschiedensten Substanzen, die als Gift taugten. Gerne verwendet wurden Kräuter wie Bilsenkraut, Eibe, Eiraune und Eisenhut, aber auch Giftpilze und vor allem giftige Tiere wie Spinnen und Schlangen wurden häufig verwendet. Mitridates selbst machten seine Antigifte angeblich so immun, dass nachdem er von Pompejus besiegt und von den Römern in die Enge getrieben wurde, er sich den Plan setzte, sich selbst mit Gift zu ermorden. Dieser Plan misslung aber, da er so immun war durch die Einnahme von Gegengiften, die er ja jahrzehntelang angenommen hatte, dass dieser Plan eben nicht klappte. Die zahlreichen Opfer der Giftanschläge im antiken Rom waren natürlich nicht so immun wie Mitridates, da sie eben keine Gegengifte einnahm und so ließen aus gutem Grund alle römischen Kaiser ihr Essen von speziellen Vorkostern testen. Geht es um Giftmordopfer in der römischen Geschichte, ist Kaiser Claudius, der von 41 bis 54 nach Christus regierte, wohl einer der bekanntesten. Er hatte in seiner Amtszeit Britannien für das Imperium erobern lassen, war also auf jeden Fall relativ beliebt und erfolgreich. Jedoch handelte es sich bei seinem Tod, wie so oft in Rom, um Gier und Macht. Seine zweite Frau Agrippa, die gleichzeitig Mutter des Neros war, soll ihn mal nur vergiftet haben, um sicherzugehen, dass Nero einmal selbst Kaiser werden würde. Ab Agrippa, die Frau von Claudius, besorgte sich so kurzerhand bei der bekanntesten Giftmischerin Roms eine tödliche Dosis Gift und ließ diese von seinem persönlichen Vorkoster in sein Essen mischen, von dem der Kaiser eben aß und gleich starb. So herrscht jedenfalls der Konsens. Auf jeden Fall muss man ihr lassen, dass ihr Plan geklappt hat und Nero ja einmal später selbst Kaiser wurde und zu ihm kommen wir auch später nochmal genauer. Das Stereotyp vom Gift als Mordwerkzeug, zu dem also vorzugsweise Frauen griffen, so jedenfalls die griechische und lateinische Literatur, in der man wirklich viele solcher Fälle findet, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch die Geschichte, sind also auf jeden Fall nicht nur Erzählungen und Legenden, sondern haben auf jeden Fall immer einen wahren Kern. Im Umfeld des römischen Kaiserhofs kam es auf jeden Fall häufig zu solchen Giftmorden und Giftmischer trieben eigentlich die gesamte Zeit des alten Roms ihr Unwesen. Im Jahr 55 nach Christus ließ Nero sich jetzt selbst ein Gift zubereiten. Er wollte seinen Stiefbruder Britannicus beseitigen. Der war legatimer Sohn des Claudius, den seine Mutter, also Neros Mutter, ja schon aus dem Weg geschafft hatte und war eine Bedrohung für die Herrschaft von Nero und musste schnellstmöglich verschwinden. Also handelte er aus demselben Motiv wie seiner Mutter damals. Doch der erste Mordversuch scheiterte, da sich der junge Britannicus, der gerade einmal 13 Jahre alt war, mehrfach übergab. Doch als der junge Britannicus sich gerade einmal vom ersten Gift erholte, forderte Nero bereits ein stärkeres an. Als der Junge dieses dann zu sich nahm, starb er sofort. Die Quellen übermitteln uns, es drang ihm so durch alle Glieder, dass es ihm Stimme und Atem zugleich raubte und er sofort starb. So beschreibt es jedenfalls Taktikus. Und mit dieser Geschichte haben wir dann auch schon die Antwort auf die erste Frage. Und zwar war der Kaiser, der seinen Stiefbruder ermorden ließ, Nero. Auch schon 331 vor Christus, während Alexander der Große gelade Krieg führte, trieb eine Giftmischer Bande ihr Unwesen in Rom. Damals starben so viele Menschen durch sie, dass man sogar dachte, dass eine neuartige Krankheit sich verbreitete. Und die Leute konnten es sich einfach nicht anders erklären, dass eine Krankheit im Umlauf war. Als der Giftmischer Kreis dann schließlich aus ihren eigenen Reihen verraten wurde, verurteilte man über 170 involvierte Personen. Und der Hauptgrund, wieso eben so viele, auch in den vorherigen Geschichten, zum Giftgriffen, war eben einfach daran geschuldet, dass man es kaum nachweisen konnte. Vor allem im antiken Rom gab es eben nicht viele Möglichkeiten zur Obduktion. Und so waren Giftanschläge oft unaufgeklärt. Man kann auch erahnen, wie oft es tatsächlich zu solchen Giftmorden kam, wenn man in das Recht der Römer blickt. Denn schon der römische Diktator Sula selbst erließ ein eigenes Gesetz für den Umgang mit Giftmorden. Und er sah eine ganz klare Todesstrafe für alle vor, die toxische Substanzen herstellten, verkauften, ankauften, aufbewahrten und verabreichten. Für diese Gifte gab es natürlich auch einen Schwarzmarkt. Und die dortigen Händler handelten längst nicht nur mit Giften. Und weil man damals zwischen Medikamenten, Drogen und Giften nur kaum unterschied, lassen sich die Giftmister eigentlich wie antike Drogenhändler bezeichnen. Auch die Menschen in der Antike, und das weiß man heute sehr genau, griffen zu berauschenden Mitteln. Und es war keineswegs nur der Alkohol, der eine Auszeit aus der Realität herbeiführte. Der Verzehr bestimmter in Mittelmeer vorkommenden Fischarten beispielsweise ruf halluzinogene Effekte hervor, die den von LSD sogar ähnelten und mehrere Tage anhalten konnten. Konsum von drogenähnlichen Substanzen war also damals sehr verbreitet. Auch vom großen philosophischen Kaiser Markus Aurel sagt man, dass er täglich ein berauschendes Getränk eingenommen habe. Die Römer griffen aber nicht nur teilweise zu Giften und Drogen, sondern sie setzten auch schwarze Magie ein. In den verschiedensten Bereichen geschah dies. Beispielsweise Fluchtafeln stellten in der Antike eine weit verbreitete Form des Schadenszaubers dar. Die Römer glaubten fest, dass diese dazu fähig waren, Personen oder auch andere Lebewesen wie Tiere durch magische Rituale in ihrem Handeln zu beeinflussen. Teilweise wurden sie aber auch einfach nur mit der Intention verwendet, jemanden böswürdig töten zu wollen. Aber auch in den alltäglichsten Sachen wie Sport fahren, schwarze Magie gerne ihren Einzug. Einmal beispielsweise eiferten zwei Mannschaften um den Sieg, die sogenannte rote und blaue Mannschaft. Vor dem Rennen versah eine Mannschaft eine Fluchtafel mit dem Text, den man später fand und dieser lautete Wie man es dem Text wahrscheinlich auch entnehmen konnte, ging es hier eben um ein Pferderennen und so versuchte er eben die eine Mannschaft, die Athleten, der anderen Mannschaft am Sieg zu hindern und ihnen ein schlechtes Omen aufzubereiten. Diese Art, die Gunst des Glückes auf seine Seite zu bringen, wurde aber genauso bei Gerichtsverhandlungen oder im Glücksspiel verwendet. Das zeigen mehrere Funde. Mit der Zeit wandelte sich im alten Rom aber das Ansehen von schwarzer Magie stark. Es rückte immer mehr ins Negative und man sah es immer mehr als hokus pokus, als wirklich wirksam an. Um 300 nach Christus zeigen uns die Quellen dann auch, dass Gerichte sogar die Todesstrafe auf alle diejenigen, die man als Magier ansah, ansetzten. Und das bedeutet, sie sollten beim lebendigen Leib verbrannt werden und wer in ihre Kunst eingeweiht war, den will die Tieren vorgeworfen oder gekreuzigt werden. Also da wurden die Strafen auf jeden Fall viel, viel härter. Damit haben wir jetzt aber auch die Antwort auf die zweite Frage, dass eben die sogenannten Fluchtafeln sehr, sehr häufig verwendet wurden im alten Rom, wenn es um schwarze Magie ging. Doch nicht nur der Einsatz von schwarzer Magie und Gift sorgte im alten Rom, beziehungsweise in den Imperiumsgrenzen Roms für Angst und Schrecken. In Judäa, das im ersten Jahrhundert nach Christus von Rom selbst besetzt wurde, trieben mehrere Gruppen gleicher Zeit ihr Unwesen, das sich hauptsächlich gegen die reiche Bevölkerung richtete. Und das Vorgehen dieser Gruppen erinnert stark an die berüchtigten Assassinen. Und eine Quelle dazu überliefert uns folgendes. Kaum war das Land von einer Räuberbande, die 20 Jahre lang ihr Unwesen getrieben hatte, gesäubert, da wuchs in Jerusalem eine neue Gattung von Räubern empor, die sogenannten Sikaria. Am helllichten Tag und mitten in der Stadt moordeten sie die Menschen, besonders an den Festen, mischen sie sich unter die Menge und stachen mit kleinen Dolchen, die sich unter ihren Kleidern verborgen hielten, ihre Gegner nieder. Brachen diese dann zusammen, so verwandelten sie sich in einen Teil der aufgebrachten Menge, denn sie waren wegen ihrer sonstigen Unauffälligkeit völlig unverdächtig. Ihr erstes Opfer war der hohe Priester Jonathan. Nach ihm wurden täglich viele umgebracht, aber noch schlimmer als die Mordfälle selbst war die Furcht davor, denn jeder erwartete wie im Krieg stündlich den Tod. Und ja, dieses Vorgehen, einfach in die Menge abzutauchen und mit einem kleinen Messer Morde zu begehen, erinnert eben stark an die Assassine und ist eigentlich wirklich komplett identisch. Wie man es der Quelle entnehmen konnte, waren eben für die Menschen damals vor Ort weniger die Morde an sich, sondern vielmehr das aus ihnen Erwachsene, Misstrauen und die allgemeine Unsicherheit das Problem. Im alten Rom sorgten solche Banden immer wieder für starke Probleme und über die Jahrhunderte gibt es viele Überlieferungen von den verschiedensten Banden, die immer wieder Mordanschläge ausübten und sich gegenseitig abmetzelten. Für das römische Imperium an sich gab sich dadurch hauptsächlich das Problem, dass verschiedene Gebiete unregierbar wurden, beispielsweise das gerade erwähnte Judäer, wurde auch unregierbar. Solche Mörderbanden waren natürlich aber längst nicht die einzigen Kriminellen, die in Rom hier Unwesen trieben. Zum einen gab es die Fälscher. Beim hohen Monetarisierungsgrad der römischen Wirtschaft war Gelbfälschung ein so einträgliches wie luxuriöses Verbrechen. Fälscherfaser sahen meistens Kerne aus Nickel oder Kopfer mit einer dünnen Silberschicht. Diese Fälschungen sollen dann auch den Originalen so täuschend echt gesehen haben, dass es dem normalen Volk so gut wie unmöglich war, eine Fälschung vom Original zu unterscheiden. Eine antike Quelle eines römischen Schriftstellers verdeutlicht das Ganze auch relativ gut, denn dieser antwortete auf die Frage, was für ihn der schwierigste Job sei. Betrüger waren vom römischen Staat auch nicht gerne gesehen. Die Römer aber waren leidenschaftliche Zocker. Besonders beim Würfelspiel ging es oft um viel, viel Geld, sodass sich auch hier Gelegenheit für professionelle Betrüger auftaten. Würfeln wurden gerne gezinkt, indem der Schwerpunkt von Zentrum an den Rand verlagert wurden oder Augenzahlen gleich doppelt angebracht wurden. Der Gesetzgeber versuchte auch dieser Auswüchse herzuwerden, doch die meisten Gesetze zielten nur darauf ab, die Spielsucht einzudämmen und hatten daher keine starke Wirkung. Später unter Justitian versuchte man sogar, die Spielsucht bzw. das Glücksspiel komplett zu verbieten, das aber bestenfalls mit mäßigem Erfolg zu ändern ging. Auch wenn man bei Bränden und Rom wohl zuerst an Nero denkt, gab es viele Brandstifter, die für Probleme sorgten. 356 v. Chr. beispielsweise soll ein gewisser Herostrados, möglicherweise ein Sklave, man weiß es aber nicht genau aus den Quellen, den Artemis-Tempel in Ephos angezündet haben. Einziges Motiv für das Zündeln war, dass Herostrados seinen Namen unsterblich machen wollte, damit hat er ja wohl ebenfalls Erfolg. Besonders gefährlich waren Brände eben für das alte Rom, da bis in die Späte Republik fast alle Gebäude aus Holz errichtet wurden und diese eben sehr nah aneinander standen. Das bedeutet, falls ein Feier eben wie bei Nero ausbrach, war es nur sehr schwer, es zu löschen und konnte gerne mal über Tage hinweg andauern. Mitten im Zweiten Punischen Krieg verwüstete 213 v. Chr. genauer gesagt ein weiterer Stadtband Rom und auch dieser lässt sich wie der Erste auf Brandstifter zurückführen. So ist es nur logisch, dass für Brandstifter, genau wie für andere Kriminelle, wie vorher schon erwähnt, ab 81 v. Chr. entsprechende Strafen belegt wurden. Wenn Vorsatz nachgewiesen worden konnte und Menschenleben in Gefahr war, startet auf Brandstiftung schnell die Torestrafe. Betrachtet man, wie viele verschiedene Kriminelle in Rom ja Unwesen trieben und im gesamten Imperium für Probleme sorgten, stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Strafverfolgung die Römer konterten. Erschwert wurde die Strafverfolgung und auch die Festlegung des Strafmaßes, vor allem dadurch, dass es im alten Rom eben keine richtige Polizei und auch keine richtigen Ermittlungsbehörden gab. Die Strafverfolgung allgemein machte zwar über Jahrhunderte große Fortschritte, war aber immer noch sehr schwer. Auch die Festlegung des Strafmaßes schwankte und war nicht gerade gerecht. Zwar sprechen die Römer oft davon, dass es eine große Rechtsgleichheit im Gesetz gab, jedoch wurden Sklaven auch gefoltert und auf jeden Fall härter bestraft wie Bürger, was natürlich nicht einer Rechtsgleichheit gleichkommt. Verurteilte Kriminelle hatten, je nachdem wie schwer ihre Tat war, dann die verschiedensten Strafen zu befürchten. Eine der wohl bekanntesten Strafen, die auch heute noch in unserem Sprachgebrauch zu finden sind, ist das Exil. Hier muss man aber sagen, dass es nicht so ist, wie es oft dargestellt wurde, denn der Härtegrad war sehr variabel. Manche durften in Sachs sogar ihr gesamtes Hab und Gut mitnehmen, andere, die aber natürlich härter bestraft werden sollten, durften überhaupt nichts mitnehmen und mussten ihr Leben bis zum Tod woanders verbringen. Haftstrafen gab es allgemein wie heutzutage eigentlich überhaupt nicht, beziehungsweise sehr, sehr selten, da kaum geeignete Gefängnisse in Rom vorhanden waren. In der Kaiserzeit wurden die Strafen allgemein dann wieder härter. Das bedeutet, bei den Zuschauern wurden allgemein das Amphitheater immer beliebter, wo eben Kriminelle zu Gladiatoren gemacht wurden und den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Auch faktisch mit dem Tod bestraft wurden diejenigen, die zur Arbeit im Bergwerk verurteilt wurden. Die Arbeit dort war so hart und nur den wenigsten gelang es, mehr als ein Jahr die Arbeit zu überstehen. Und eben mit der Strafe als letzte Station eines Kriminellen, beziehungsweise mit allen verschiedenen Kriminellen, die wir uns heute angeschaut haben, sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wie bei jeder Folge würde ich noch gerne was zur Literatur sagen. Und zwar habe ich hauptsächlich ein Buch verwendet, und zwar Dark Rome, das geheime Leben der Römer von Michael Sommer, das wirklich sehr gut leserlich ist, auch noch sehr schön viele weitere spannende Geschichten über Rom umfasst. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Podcast folgen und auch eine Bewertung da lassen würdet. Außerdem schaut gerne auf Instagram vorbei, denn dort ist jetzt parallel zur Folge, wie bei jeder Folge, ein Post online, bei dem ihr nochmal die wichtigsten Ereignisse an Personen illustriert und in Farbe findet. Schaut auch gerne auf YouTube und allen weiteren Plattformen vorbei, um den Podcast zu unterstützen. Und wie immer findet ihr die wichtigsten Links in der Podcast-Beschreibung und in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.